Jojo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von OMSI2. Heute sind wir auf der Karte Grefrath. Das ganze ist eine fiktive Karte. Wir fahren mit dem Mercedes Citaro aus Berlin, heute mal, von dem kostenlosen Mercedes-Benz Pack. Und ja, würde ich sagen, schwingen wir uns mal hier in die gute Stube. Bereiten alles mal so weit vor. Ähm, genau. Alles entspannt hier. Ja. So, Fenster ein bisschen öffnen hier. Ja, warten wir kurz, bis der Drucker hochgefahren ist. In der Zeit können wir mal das Lenkrad vorstellen. Und, ja. Aber ich dachte, wir fahren einfach mal das Fahrzeug, weil das sind wir eigentlich auch lange nicht mehr hier fahren. Als Let's Play glaube ich noch gar nicht. Nur mal ein Lastroom ganz kurz. Äh, so. 1, 2, 3, 3, 4, 9. So, fahren wir die 8, 49. Ähm, Region müsste es sein. Dann schauen wir mal. Genau, hier ist die 8, genau nach Grefrath Hauptbahnhof. Und 12 Uhr, ähm, machen wir die 8, 49. Dann müsste es Kurs 2 sein eigentlich. Ja, genau. Äh, 12 Uhr ist die Abfahrt. Hier machen wir mal 12 Uhr 2. Genau, äh, würde ich sagen, dübel mal los. Jetzt so. Genau. Karte können wir runternehmen. Hallo. Guten Tag. So. Ja, können wir kurz das Fahrzeug noch zeigen. Ist halt Berlin typisch, ne? Ausstattung. Äh, ja. Genau. Ja, brauchen wir tatsächlich sagen. Bei dem Fahrzeug können wir auch nichts kommen für gewinnen, weil das einmal fest ist. Hier steht zwar da, ne, hier steht es auch nicht mal da. Das ist bei einem anderen Fahrzeug und steht überall da, dass da ein Modding ist. Da ist, wie gesagt, ein Berlin-Fahrzeug ist, äh, ist es halt da nicht der Fall. Ist auch gut so, finde ich. Und, genau. Äh, genau, fahren wir los hier. Und Abfahrt. Wir fahren einfach erstmal ohne Hilfsfeile. Ich denke mal, den groben Weg, weiß ich noch, weil die Karte will ich aussitzen, mal auf Linie, sag ich mal. Boah, auch schon wieder 4, 5 Monate sind ich gefahren oder so. Ja, ist auch ne geile Karte. Ja, auch schon oben rechts den Abbiegerassistenten. Auch ganz cool, eigentlich so ingame. Ja, ich muss jetzt kurz mal gucken, was ich glaube. Ja, genau, bei der Linie fahren wir ja hier geradeaus. Zum Beispiel jetzt bei der anderen Linie, die nach Ambach-Mitte geht. Da wird man jetzt hier rechts runterfahren. Wir fahren geradeaus. Das muss ich jetzt mal schauen. Ach, ich lasse die Hilfsfeile einfach an. Das ist einfacher. Das ist eigentlich cool, schon die Überlandlinie auch allgemein. Die Karte bietet halt einen Haufen Zeug, ne. Wir haben Region, wir haben E-Bus-Netz, wir haben Stadtrand-Stadtlinien haben wir auch. Äh, genau. So. Ich bin kurz in der Pflaster hier, aber ich hab' ich cool gemacht eigentlich. Das ist auch wahrscheinlich eigentlich die realistische Texturen, die sie gibt. Aber irgendwas ist ein bisschen einfach hier. Lindengasse. Warten wir mal kurz, bis sie durch sind. So. Der fährt ja toll. Ja, fahr' ich auch. Ja, jetzt zum Thema Map, die ja Payback kommt hier in der Wald. Diesen, wie ich wissen, sind wir auf der Stand erscheinend starten in 2023. Also, das heißt, man weiß eigentlich noch gar nichts. Ist natürlich auch sehr geil. Aber, es gibt ein Video zu der Web schon, das ist eigentlich schon echt cool aus alles. Muss man mal sagen. Aber ich freu' mich auch schon, wenn ich da rauskomme auf jeden Fall, das ist, denk' ich mal, schon ganz cool. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob das merkt. Also, wenn man merkt, tut man schon, dass meine Mikrofonqualität sich besser anhört. Äh, das Ganze lag daran, weil ich vergessen hatte, Rauschnurdrückung reinzumachen. Deswegen hat sich das manchmal so komisch angehört, jetzt ist ja eigentlich, sag' ich mal, relativ in Ordnung. Aber eigentlich ist es gut, jetzt. Ähm, ja, genau. So, wir haben drei Minuten Verspätung. Sehr schön. Ich hab das gar nicht so Erinnerungen, dass der Fahrplan hier so straff war, ey. Er holt mir gar keine Zeit ein. Aber das Gute ist, da steigt nicht überall einer ein. Oder jemand ein. Das ist schon mal echt der Vorteil. Genau. Äh, ich wollte noch mal kurz ein Pfand mehr machen. Das ist eigentlich ganz cool, sag' ich mal. Ah, die Linie M49, Gräfertaubbahnhof. Fangen wir. Ah, sehr interessant. Genau. So, weiter geht's im Text. So, jetzt geht's auf die Landstraße. Äh, klappen wir mal ein paar Orte ab, eigentlich. Nur eins, zwei Stück. Müsste das sein. Ja, ich bin echt überrascht, dass die Performance so gut war auf der Karte. Ich hab das bisschen anders in Erinnerung. War in Erinnerung. So. Au, da hatte ich ja viel hier, hat der Pitcher mich. Zu der Zeit. So, bei der anderen Linie würden wir uns da links fahren. Ähm, ja. Wir fahren uns einfach gerade aus, wenn es da mal geht. Das war mal kurz zu erwarten hier. Oh, da war er nicht. Ja, ich bin echt. Ah, jetzt sind wir bei zwei Minuten Verspätung. Ja, ist in Ordnung, ne? Genau, fahren wir hier links drin. Nächste Haltestelle, Klaudaner Straße. Klaudaner Straße. Klaudaner Straße. Klaudaner Straße. Klaudaner Straße. Klaudaner Straße. ja sonst was gibt es zu erzählen wie immer eigentlich nicht viel mehr seit das habe ich ja gestern schon im video gesagt dass wir auf die Achtung auf die 350 Abonnenten hochgeben finde ich sehr cool auf jeden fall das freut mich auch eigentlich echt also dass die Videos auch teilweise so gut ankommen manchmal ist es ja so dass die Videos nicht viele Aufrufe machen ja mein Gott das ist halt dann manchmal so oh ja ja genau nächste Händestelle Schloss Sonneberg ja an sich eine coole Linie ne muss man mal sagen auch schöne Map also dafür dass es eigentlich größtenteils Standard Objekte sind soweit ich weiß das ist doch eigentlich echt cool Hallo Guten Tag ja so aber kurz ein bisschen eng gewesen gerade ja 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 ihr könnt ja wie sehr gerne mal schreiben was oder welche Karte man als nächstes sehen wollt wir können auch mal Rheinhausen fahren eigentlich gut das sind wir auch schon äh 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 spandor ich hab das Osterlitsplay gemacht BAT Berlin BAT können wir fahren als Display ja am Akku ja ja ich bin halt immer wie gesagt relativ sehr spontan weil ich hier so ein Dreischichtsystem bin jetzt grad zum Beispiel hab ich halt die Frühschichtwoche und da hast halt sag ich mal am Idealsten Video zu machen aber wenn ich Nachtschichtwoche hab ist eigentlich auch am coolsten na der fährt aber schlecht weil haben wir sag ich mal nicht die Zeit dafür in der Spätschichtwoche ja sieht es halt wieder mau aus ne Mann jetzt fahr doch hier Pummi Airees man ja ja so das ist aber schon ein Ort Greve hat das ist halt ja auch die Kurzlinie davon sag ich mal aber was heißt die Kurzzeit wenn man nach Armbachhütte fährt fahren wir auf jeden Fall Stückchen länger wenn wir mal bitte anders fahren ja jetzt äh hängt um sie ganz kurz mal weil es wieder irgendeine Kachel nachladen muss äh für die es die es nicht wissen ob es läuft ja über Kacheln deswegen ruckelt dieses Game manchmal man kann auch 1.000 Euro PC haben das Spiel will trotzdem mindestens einmal dreimal ruckeln aber ja damit habe ich mich abgefunden aber ja damit habe ich mich abgefunden so 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 hier so 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 aber leider, sag ich mal, die Stadt Rennfahrer fängt der Busse auf einmal an zu hüpfen. Das Spiel stürzt ab und rückelt. Ich kann mir nicht erklären, warum das so ist. Das ist halt... Falls mir da jemand helfen kann, woran das liegt, das wäre aber sehr hilfreich auf jeden Fall. Die Stadt Rennfahrer 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 Hallo So, jetzt sind wir hier, Gräferthalter Bahnhof. Das ist dann schon der Alte, was weiß ich. Die Stadt Rennfahrer Nächste Halbestelle? Schustergasse. So, wie weit haben wir es jetzt ja eigentlich noch? Ah, es gibt ja noch zwei heute stellen. Oh, die Ampel, die sind echt, oh, die sind ja Brüller, ne? Ja, die muss lange dauern teilweise. Ich glaube, das sind die Spandor-Ampeln. Da sind die halt manchmal ein bisschen etwas länger von der Ampelphase. Ich meine, so stört mich das nicht, aber wenn man ein Video halt aufnimmt, ist das halt ein bisschen nervig, ne? Ja, so, Abfahrt. Und wir haben ja sogar, naja, fast die Zeit eingeholt, ne? Ja, drei Minuten war später gestartet. Boah, fett der Scheiße. Ja, das war da ein bisschen wirklich zügig gewesen. So, hier fahren wir nach rechts. Haben wir hier eine schöne Busspur. Aber ist auch cool, wenn man Nachtlinien fährt, das weiß ich noch. Das ist echt geil. Ich dachte, man kann es ja irgendwie nur im Kreis und treffen sich alle hier. Das ist schon cool, die Nacht gewesen. Hallo. Guten Tag. Oh Gott. Nächste Haltestelle. Wertherweg. Ja, wie sagt die Karte kennt man ja eigentlich, sag ich mal, die Amseespieler kennen die kostenlos. In der Amseewept ist es wie immer. Äh, man braucht keine Objekte. Man hat ja an sich alles. Und genau. So, sind wir an der vorletzten Haltestelle, dann fahren wir gleich zum Hauptbahnhof. Hier ist Wertherweg. Ich fahre jetzt einfach nur durch, ich habe jetzt gepackt, tut mir leid. Die Haltestelle lassen wir heute mal aus. Wer wurde mal hier rechts? Wer wurde mal hier rechts? Genau, da halten wir dann da links irgendwie, glaube ich. Ja. Wir fahren jetzt da vorne links drin. Ich glaube, dann halten wir da irgendwie da vorne. Ja doch, genau. Ich zähle jetzt einfach mal ein Stück vor, auf die eine Abwehrkomposition. Ich zähle jetzt einfach mal eine Kurve, nämlich. So, würde ich sagen, war es jetzt mal wieder mit dem kurzen Netzplay. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst euch gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.